Hallo euch und Leute, das ist mir wieder zurück bei Naruto Shippuden, Ultimate Ninja 4 und jetzt auch hier mit der neuen, etwas anderen Aufnahmemethode. Ich hoffe, meine Stimme ist laut genug im Gegensatz zum Ingame-Sound und wobei in das ist stehen geblieben. Ich glaube, wir waren dabei, noch ein paar Kei-Gesicht-Ninjas auszuschalten und ein paar Fröten zu sammeln. Alles, was man so nach dem Spiel noch machen kann, da ist Ibiza mit seinem komischen Quiz, was wir nie wieder machen werden. Und ich wollte heute mal ein bisschen außerhalb von Kno rumlaufen. Aber ich denke mal, da warten auch noch ein, zwei Läutchen auf uns. Auch nochmal in Richtung, dann irgendwann in Kristallhöhle gehen. So, hier stehen zum Beispiel zwei. Ach da, gucken wir mal, wen haben wir denn da? Da ist ein Grafikfehler. Ich hoffe, ich kann das in der Aufnahme umstellen. Es wäre mir sehr lieb, wenn ich das machen könnte. Ich hatte nämlich gerade noch ein, zwei Problemchen, weil das die Grafikaufwertung nicht gemacht hat. Was ist das denn? So, dann merkt, aber jetzt geht es mir doch zum Glück. So, noch mit mir in Zwischen-Dings. Ich glaube, ich habe mich einfach überlegt, wo die Grafikaufwertung jetzt nicht so groß ist, ja. Weißt du, woran es liegt, also? So ist es nicht. So, weil ich nämlich gerade, wie gesagt, die Probleme hatte, ist es nicht. Weil man kann ja bei der... Ich habe immer noch die Grafik ein bisschen aufwerten und das war irgendwie nicht an. Keine Ahnung. Wenn ich die Grafikkarte abgekackt habe, verkranzt es irgendwie in der Einstellung. Ich gefällt mir, ich gef... Ähm, das ist mir voll vom Boden geworfen. Ilo hat keine Sammlung gegen uns. Vergangenheit ist Ilo. Und das war's. Kein sehr schwerer Kampf. Gibt es bestimmt, glaube ich, nur 2.000. Ja, nur 2.000. So wenig Geld. Ich brauche doch Geld. Ich brauche doch Geld. Einstellung, um es zu ändern. Ich habe jetzt ein etwas kleineres Bild und sehe meine Maus. Okay. Ähm. Soll eigentlich schnell gehen. Ich muss jetzt erstmal die dämlichen Streifen weg haben. Oh, da kann ich das gar nicht einstellen. Was ist das denn? Wie will ich ein Ding? Oh, so. Jetzt wieder genau. So sehe ich eigentlich normal aus. Nicht gerade sehr schön. So, das will ich aber nicht haben. Ich finde es cool, dass man es während des machen kann. So, wir stellen mal wieder auf die Software. So. Jetzt. Sollte es hoffentlich gehen. Wenn nicht, weiß ich nicht, woran es... Meine Kräuter... Nein. Aufnehmen. Gama Kazoo. Da kann man ja die Einträge lesen. Da steht ja der Name bei. Nicht so wie über den Bingo Book. Gama Kazoo. Gama Kazoo. Ich mag das. Da haben wir wieder jemanden. Aha. So, und es lag daran. Jetzt war der Streifen. Nimm mich weg. Super Franzi hier. Ah ja. Mit meinem nötigen Wissen, was ich dafür brauche. Jetzt kämpfen wir mit Chikamaru. Geh dann mit Tamari. So. Und... Ich kämpfe es ja eigentlich auch zu schwer. Aber so viel Diebern lehre ich mir noch Geld. Nein. Nein. Ich werde irgendwie jetzt dreimal getroffen. Ich kann uns so viel abzügen, wie wir gerade. Und ich mit mir. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber es war cool. Ich mache eigentlich meistens immer irgendwelche Angriffe. Meistens immer aus dem Sprung heraus. So immer. Das ist gut, aber wie auch immer ich das mache. Ich habe keine Ahnung. Und zack. Ich glaube, das reicht nicht ganz viel übersetzt. Und das war's für dich. Bäh. Schöne Rückwärtssalto zu Ende. Und wir verdienen so langsam wieder Geld. So langsam. Diese Aktion des Aller-Ultimativen Jutsus würde ich gerne noch kaufen. Ja, ich habe mir ganzes Geld nicht für die ganzen Stimmen ausgeben sollen. Aber jetzt kannst du nicht mehr rückgängig machen. Ich habe ja schon so viel Geld gemacht. Aber ich habe auch schon ein paar Beispiele gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich mich überrascht kann. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich überrascht habe. Und ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Und ich habe mich überrascht. Und ich bin schon ein paar Blöcke. Ja. 2,49. Wir haben, glaub ich, mal so ein Drittel ungefähr, oder? Noch nicht mal ein Drittel. Also, wir haben mich das meiste wirklich in das Nachstory-Gameplay reingeschmissen. Das war Flee, okay. Ach, auch noch kein Gesicht, Ninja. Hätte sein können, dass er jetzt eine Mission für uns hat, aber es wäre auch schon dezent komisch. Und wir können mal wieder mit Naruto kämpfen. Freut mich sehr. Sento-Kaishii. Und, äh... Wir setzen den Eingriff immer als erstes ein. Nein. Ohne, klappt die kurzen Sausages wenigstens. Manchmal. Und da! Naruto! Danke. Für so'n Kampfhüt bitte nicht verlieren. Das wäre jetzt halt feinlich. Okay, wir werden ja ein Eingriff gegen Rasengan. Ich bin vergiftet. Nooo! Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Es gibt sie nicht mehr. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Und zack! Achttausend! Ich hätte auch gerne noch alle Figuren, aber ich glaube, dass... Ich weiß gar nicht, wie man alle Figuren nur bekommt. Jetzt kann ich überspringen. Also nochmal neu gespawnt. Wann ist das eigentlich hin und her? Also ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen weiter gehen in diesem Part als nur ein Gebiet. Das wäre mir sehr recht. Oh, Fakashi gegen Gai. Geil! Hm? Naruto-kun? War das, aber... Ich habe jetzt noch nicht viel zu sprechen. Was? Ich bin derjenige vor mir. Ich bin derjenige, der ein körperlicher Einwander. Ich bin derjenige, der jetzt beginnt. Na, los! Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie in der Serie haben so Gai und Kakashi so eine... Zu ewigem Wettkampf gegeneinander. So mit irgendwelchen Dingen, die sie gemacht haben, mit Scherischsteinpapier oder was weiß ich. Kopfstand trennen und so Scheiß. Nein, das freut mich nicht. Ich kämpfe ja eigentlich richtig gerne, weil er ein echt schneller Charakter ist. Allgemein bin ich ja freut mich schnell ein Charakter. Weil die Kamerapies mit ihm weiter. Das ist ganz geil. Das war sehr cool. Und nein. Er hat seine Schmerz aufgefangen. Das war die falsche Richtung. Er ist so ansprachlich, dass er die Schmerz aufgefangen ist. Und ich kippe ich... Die Richtung und er macht es nicht. Ich dachte, er kann es auf die Rüst. Na ja, egal. So fast glaube ich doch alle nicht. Woher auch immer das Feuer kommt? Nein. Das ist nicht einfach. Nein. Ah, nichts. Jetzt wird er im Modus gewechselt. Ist ja ein bisschen stärker als vorher. Aber ich glaube das bringt ihn jetzt nichts. Ja, aber das muss mich schon sehr wundern. Autsch. Ja, ist schon ein bisschen hoch der Gegend, ne? Wow. Yes. Voll in die Eier. Ja, der sagt ja nicht so aus. Autsch. Ich glaube wir hatten noch einen Trainingsplatz, noch irgendwelche. Aber egal, das können wir noch später machen. Es gibt doch genug zu tun. Was? Ja, was würde ich sagen. Wir sind ja schon schon. Wir sind ja auch schon. Wir sind ja auch schon. Wir sind ja auch schon lange weg. Wir sind ja auch schon. Schön, ich kann eigentlich mein Gebiet weitergehen nach knapp 13 Minuten. Ja, hier muss ich sowieso noch so schön. So, im nächsten Gebiet werden wir schon wieder draußen. Ah, nein, da war ein Typ, der noch Mission hatte. Die kann ich eigentlich erledigen. Wenn er noch da steht. Ja, da steht er noch. Hallöchen. Hier haben wir den Verdiden. Ja, ich muss sie annehmen. Ich stimme. So, wohin müssen wir? Ähm, Katzeauftrags. So, genau, und so ne Kurs ist ein Partikel aufgetaucht. Okay. Was? Wenn ich's hier irgendwann auf dem Weg就e. Ich bin sogar auf da oben getroffen, dann hab ich's geholfen... Auf Shoji. Nö. Kein Prüti. Dann sind wir mal irgendwo im Wald sollen die auftauchen. Na ja, kommen sie schon. Du bist jetzt hier steilla. Ich muss die Neruda auch erst hillsilen und machen. Du bist hier zu攻 thankfully her. Du bist so schnell, wie du mich. Ja, aber diese komische Pfeife oder Flöte. Ja, ja. Das klappt immer selbst nicht. Oh Gott, die Lache. Es haben alle sehr creepy gestimmen hier. Das sah doch schon einiges aus. Sonst war alle... Alter. Hey, wie tief. Das war's nicht so ernst eingesetzt. Jetzt sagen wir da alle B. Das ist schon ein bisschen hartnäckig. Und dann immer noch mal anbelangt. Schau! Schau! Nein, nein! Das sagt zum Beispiel. Ich bitte auch ansten. Bogenschützen, Tür... Ja, beu, beoh. Ja? Und den anderen Wohken schützen? Wieso konnte ich die nicht einzeln anvisieren? Das wäre viel leichter. Äh, Naruto. Lass bitte anvisieren, wenn ich sieben will. Wie, wie? Das hat sich jetzt an. Dann, dann, dann! Dann, dann, dann! Da ist der hin. Oh, da kommt jetzt ein Ratsch, das ist an. Oh, okay. Und zwar. Sehr schön, die Hälfte uns das Lebensverlohn, aber egal. Ein bisschen Geld gibt's auch noch. So, wir haben alle erledigt. So, wir haben alle erledigt. So, wir haben alle erledigt. Oh, oh! Wir haben alle erledigt! Oh, das war's! So, wir haben alle erledigt. So, wir haben alle erledigt. Danke! So, das Fragezeichen auf, auf dem Kopf. Zack! Zack! Und wir erkunden mal weiter. Hier ist nichts mehr. Ich bin schon ein bisschen irgendwo noch eine Kröte. Aber... Aber... Ich komm mit dir dann auch mal suchen. Irgendwann nicht weiter. Wie viele Kröten? Nee, ich glaube. Hütteltenschrift. Ich hab mal Kyo. Mhm. Irgendwann die Verkäufer. Sag mal, war so. Sand. Und... Sand sind überall. Sogar in der Höhle. Okay. Da weiß ich, wo ich hin muss. Namamato. Solakakura. Was ist das Versteckspiel? Auf irgendeinem Hügel. Knorrhügel? Na, wir können mal nachgucken. In dunklen, feuchten Höhlen. Okay. Wüste. Im Täuschungswald. Auch im Täuschungswald. Im Täuschungsfeld. Erforschung der Natur. Zuletzt erforschte er Riesenbäume. Das könnte hier irgendwo sein. Auf irgendeinem Dach. Ja, das sieht lustig aus. Landgrenzen. Oder bei einem legendären Wasserfall. Okay. Also einer müsste hier irgendwo sein, weil das sind ja so Riesenbäume. Zumindest sehen sie so aus. Aber die Frische zu finden war... Ich würde gerne alle, weil ich glaube da gibt's noch eine Figur dafür. Wenn ich... Wenn ich's wirklich nicht finden sollte irgendwie mal aufs Screen. Dann schau ich halt im Internet nach. Der Windwald. Die Wüste haben ja zum Beispiel kaum erkundet bisher. Deswegen... Da darf man noch richtig gut welche finden. Oh, wen haben wir denn hier? Ach komm, den Einkampf machen wir noch. Oh... 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 Dann mit Kankuro gegen Shino. Soll doch kein Art zu schwerer Kampf sein. Vor allem mit Kankuro haben wir ja schon mal gekämpft. So... So... Wir werden die Kampfen. Mach ein Leben wie gut. So... Was macht der da? Ich muss komische Kepern, ich mag Shino nicht. Es sind bestimmt Leute die ihn mögen, aber ich nicht. So... 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 Sno... So... Ich muss wirklich mal gucken, ob das bei den Videos in der Sammlung so ist. Denn dann muss ich halt zurechtschneiden, einfach weil ich es auch nicht haben will. Das wirken meint ja auch gar nicht so gut. Was denn? Ich wollte hier nicht springen. Das kann ich auch springen. Und ich sehe sehr viel. Das geht schneller als gedacht. So 31 Uhr haben wir wieder. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 32. 33. 33. Wir haben eine teure Vase zu verkaufen und ein Sprecherpunkt. Wir sehen uns dann im nächsten Mal, viele Leute. Bestimmt weiter mit kleinen Gesichtern und das Jagen und Frösche suchen und so weiter und so fort. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao.